Hubertus Mayer-Burckhardt im Studio 1 und jetzt im SR3-Studio. Ich freue mich, lieber Christian. Ich komme ja immer sehr, sehr gerne zu dir, weil du Saarländer bist, weil ich das Saarland liebe und dich auch. Insofern kann ich in der nächsten Stunde nichts schief gehen. Das ist super. Ich muss dir ja gestehen, ich bin Pfälzer und da kommen wir zum Ende unserer letzten Sendung. Das war im November 2022. Pirmasens. Pirmasens, genau. Du hättest da mal gerne gelesen und deine Bücher präsentiert. Ich bin tief deprimiert. Pirmasens hat sich nie gemeldet und wahrscheinlich muss ich da barfuß hinlaufen und im Büßerhemd. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Pirmasens mag mich nicht, obwohl ich diese Fußballmannschaft, FK Pirmasens, immer sehr mochte, wo ja, wie wir vorhin festgestellt haben, ein berühmter Fußballspieler herkam. Genau, Jack White, der Produzent. Bevor er zu Tennis-Borussia nach Berlin ging. Und dann zum PSV Eindhoven und dann Musik gemacht hat. So, jetzt muss ich mal fragen, Samu, Ihren Pirmasens, rufen doch Hubertus mal an, ob der jetzt in der TVP halt spielt oder eben der Festteil, das ist doch egal. Und mein Pirmasenserisch ist nicht so gut, weil ich komme aus Rieschwiller. Aber ich habe es jetzt mal gesagt, sonst freue ich die Zwebriger. Das vergesse ich dir nie. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, das sind harte Nüsse. Wir sind ja aber auch schon lange und noch lange und fit im Geschäft, wie unsere gemeinsamen Freunde der Rolling Stones, die du ja super toll findest schon immer. Immer. Ich habe sie häufig gesehen auf der Bühne, zuletzt in Barcelona. Ich bin nämlich nach Barcelona gereist, wo sie im Olympiastadion gewesen sind. Und es war faszinierend, wie fit die sind. Und ich finde auch ihre musikalische Abenteurerlust so toll, dass sie immer wieder neue Musikstile machen, dass sie, sie haben ja Blue and Lonesome vor, ich weiß nicht, zehn Jahren gemacht, eine reine Blues-CD. Die sind wirklich Vollblutmusiker. Sie reißen mich mit und sie nehmen mir jede Angst vor dem Alter. Das ist jetzt der Punkt, weil ich habe die über Jahrzehnte als Beatles-Fan so mitgenommen, die Stones. Und dann höre ich letztes Jahr im Herbst dieses Hackney Diamonds, das Album und bin so zum ersten Mal so richtig elektrisiert. Es ist Energie. Die Stones-Musik ist Energie für mich. Und dass du Beatles-Fan bist, finde ich, sagen wir mal, weil ich eine große Sympathie für dich hege, sage ich, das ist dein gutes Recht, ein Beatles-Fan zu sein. Wer kann da irgendetwas dran schlimm finden? Aber wenn wir heute Abend in der Altstadt säßen, würde ich dich unter Einsatz von vielen Gläsern Wein langsam auf die Rolling Stones-Seite ziehen. Whole White World. Damit bin ich Fan geworden. Jetzt so richtig. Hubertus Mayer-Burckhardt im Studio. Einer, der gerne ins Saarland kommt, um auch ein bisschen zu arbeiten, dein Podcast. Mayer-Burckhards Frauengeschichten. Der ist jetzt 113, 114 Frauen haben wir in zehn Jahren, habe ich in zehn Jahren interviewt, von Elke Heidenreich bis Helene Fischer, von Senta Berger bis Nina Hoss, also wirklich Iris Berben. Und das war heute ein melancholischer Moment, weil ich habe hier in Saarbrücken das letzte Gespräch aufgezeichnet, weil nach zehn Jahren höre ich auf mit diesem Podcast, weil die Redakteurin, die das Ganze betreut hat, wie man so schön sagt, in der ARD in den Ruhestand geht. Und ich habe gesagt, es ist ein schöner Anlass, nochmal, man muss Dinge auch beenden, finde ich. Und das ist meine Entscheidung gewesen, voller Heiterkeit, aber mit ein bisschen Melancholie. Und ich habe heute, deswegen war ich auch hier, Professorin Andrea Vollkamer interviewt. Sie ist hier Professorin an der Universität des Saarlandes und sie entwickelt, vereinfacht gesagt, Medikamente, wo Tierversuche nicht mehr nötig sind. Also Data-Driven Drug Design, also vereinfacht gesagt, computergestütztes Entwickeln von Drugs, also von Pharmazeutika, von Medizin. Das ist spannend. Helfen die und geht es schneller? Es geht schneller, es kostet weniger, es müssen weniger Tiere und eines Tages vielleicht gar keine Tiere mehr ihr Leben lassen für Tierversuche. Das ausprobieren müssen. Und das war ein sehr, sehr für mich lehrreiches Gespräch und sie hat das wunderbar erzählt und es wird demnächst, so, der NDR Info wird man es hören können und man kann es natürlich in der ARD Audiothek sich angucken, irgendwie die meisten Meierburg-Hartes-Frauengeschichten. Es gibt übrigens auch ein wunderbares Buch, das heißt Zehn Frauen bei Gräfer und Unser im Verlag und da ist zum Beispiel Senta Berger drin. Was hat dir das gegeben, mit Frauen zu reden? Heute ist ja Weltfrauentag. Naja, heute ist Weltfrauentag, ich bin mit Frauen groß geworden. Ich bin ohne Vater groß geworden. Mein Großvater ist leider sehr früh gestorben und ich hatte, ich habe immer einen großen Respekt vor Frauen gehabt und ich habe die Beobachtung gemacht, Männer definieren sich ja sehr, sehr stark über die Funktion, die sie haben. Ja, ich bin Arzt und Hierarchien und so und Frauen definieren sich mehr über die Person. Das ist meine Erfahrung und ich rede natürlich lieber mit Personen als mit Funktionären und das ist der eine Erfahrung und ich habe, die zweite Erfahrung ist, dass Frauen, je älter sie werden, desto anarchischer werden sie. Lottie Huber war eine meiner ersten Gäste, damals noch mit Alida Gundlach bei der NDR Talkshow und Lottie Huber war 30, 40 Jahre älter als ich damals schon, also heute ist sie leider gestorben und hat mich sehr beflirtet. Und dann habe ich nach der Sendung gesagt, Lottie, also uns trennen 30 Jahre, die kann man nicht so leicht überbrücken und da sagt sie, mein Junge, in meinem Alter muss ich zehn Männer fragen, damit es bei einem klappt. Und deswegen, also ich mag dieses anarchische, das war natürlich von Lottie Huber humorvoll gemeint, aber ich mag dieses anarchische bei Frauen, wenn sie älter werden und Männer werden im Alter eher bedeutungsschwanger. Männer erzählen dir sofort, wie wichtig sie mal waren und dass sie ganz groß waren. Auf so eine Idee kommt eine Frau kaum. Und das Herz, das dran hängt, also jeder muss ja Lust haben auf das, was er tut. Ja, logisch. Musik oder Hobby, ist da die Lust am Tun bei Männern anders als bei Frauen? Du meinst beruflich? Egal, die Leidenschaft. Ich glaube, ich glaube, Frauen, ich habe ein wunderbares Gespräch mit Sandra Maischberger geführt, die mich auch immer wieder einlädt zu Maischbergers Woche, aber ich habe sie auch mal zu den Frauengeschichten eingeladen und ich habe gefragt, Sandra, gibt es einen Unterschied in der Art der Reaktion, wenn du einen Mann einlädst oder eine Frau einlädst in deiner ARD-Sendung? Und da hat sie gesagt, ja, den gibt es in der Tat. Männer fragen nach einem Termin und Frauen fragen nach einem Thema. Also der Mann ist sofort davon. Ich kann zu allem was sagen. Ich kann zu allem was sagen, wann soll ich kommen? Und die Frau, was ich so schade finde, sagt dann ganz oft, ja, dazu könnte ich was sagen, aber bei mir im Institut ist jemand, der das noch besser sagen kann. Und das ist dann meistens ein Mann. Und da verzweifelt die Sandra Maischberger ein bisschen dran, was ich gut verstehen kann. Hubertus Meyer Burkhardt ist im Studio, der gerade Urlaub gemacht hat. Nee, Lesereise. Ich war mit meiner Frau auf Lesereise, wir waren auf dem Schiff und wir waren dann eben auch in San Francisco, was natürlich ein Erlebnis ist, vorher in Guatemala. Und dem, wenn Sie mal einen Reisetipp brauchen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Panama City. Panama City. Also das hat keiner auf dem Schirm. Ich habe mich schockverliebt in die Stadt. Ja, Panama City ist eine Mischung aus Altstadt, UNESCO-Weltkulturerbe und eine Skyline, die so ein bisschen an New York erinnert und eine sehr junge Gesellschaft. Man merkt erst mal daran, dass wir doch eine alte Gesellschaft sind, weil wenn man in diesen mittelamerikanischen Ländern ist, hat man immer das Gefühl, hier ist irgendein Jugendkongress. Ja, irgendwo treffen sich die Jugendlichen gerade. Aber nein, hier treffen sich gar nicht die Jugendlichen, die Gesellschaft ist einfach so jung. Und dann war ich eben in San Francisco und was mich da am meisten, wir haben eben als John Kincaid, das war das, was er gesungen hat. Als er gesungen hat, habe ich gerade erzählt, was mich so fasziniert hat, man sieht wahnsinnig viele autonome Autos. Da gibt es drei Firmen, die im Wettbewerb stehen und man kann mit einer App sich das holen, wie ein Taxi. Und dann fährt ein Auto ohne Fahrer, bleibt vor einem stehen und fährt einen von A nach B. Und ich stand da und habe Bauklötze gestaunt und die Menschen in San Francisco, für die ist das völlig normal. Also es funktioniert. Ja, und ich denke, warum ist das nicht hier? Wir überlegen dann gleich wieder Gesetze und was kann das alles, was kann schief gehen. Unfallfall, ja genau. Oh, Sicherheit, Sicherheit. Und die Amerikaner machen es einfach. Und mir hat ein Wissenschaftler gesagt, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, sagt er, keine Ahnung, ob wir das jetzt brauchen, ob das irgendwie eine sinnvolle Innovation ist. Aus autonom fahrende Autos vermutlich ja. Aber er sagt, was in jedem Fall stimmt, wir haben Erkenntnisse aus dieser Forschung gezogen und die können wir für was anderes wieder gebrauchen. Also dieses etwas spielerische, diesen spielerischen Forschergeist, den wünschte ich mir manchmal in unserem etwas sicherheitsorientierten, wunderbaren Deutschland. Bei Amerika kriege ich immer ein bisschen Gänsehaut. Das ist ja die Musik, die bei uns im Herz ganz tief drin ist. Ich durfte letzte Woche bei unseren Freunden von der Air Forces in Europe-Band in Rammstein, das ist ja quasi Amerika, mal reinschnuppern. Und unter diesem Gesichtspunkt, wie kommt ein Musikfan dann nach Renn-Franzesko? Naja, ich war in der Straße, ich habe eine Stadtführung gemacht und wir waren in der Straße, wo Jerry Garcia von Grateful Dead gewohnt hat und genau gegenüber oder schräg gegenüber hat Janis Joplin gewohnt. Und das ist natürlich jetzt so, wie Opa erzählt aus dem Krieg. Das ist ganz lange her. Ja, aber immerhin fährt der Bus von der Stadt, vom Sightseeing, der fährt da lang, da musst du wirklich lachen. Und naja, ich bin immer noch von amerikanischer Musik, von Blues und sowas sehr beeinflusst. Ich bedauere nicht viel in meinem Leben, muss ich sagen. Aber eins bedauere ich, ich hatte mal die Chance, James Brown auf der Bühne zu sehen, aber hatte als Student die Kohle nicht. Und die wollte mir jemand leihen, aber da ich nicht gern Schulden mache, habe ich gesagt, nee, das kann ich mir nicht leisten, aber ich auch nicht. Aber das bedauere ich, so ein Soul Brother nicht gesehen zu haben von der Qualität von James Brown, aber maybe eines Tages im Himmel. Da gibt es ein Konzert, aber da haben wir noch Zeit. Aber die Menschen? Sehr freundlich. Also das muss ich wirklich sagen, das ist so ein Klischee, aber ob das morgens im Hotel beim Frühstück war oder wenn ich mit meiner Frau in den Coffeeshop gegangen bin oder wir haben uns die Jeans. Die Freundlichkeit und die Serviceorientierung ist gigantisch. Und viele sagen, ja, das sei ja oberflächlich und so. Ja, ist das doch sehr klar, es ist oberflächlich. Ich werde nicht mit jedem eine Freundschaft schließen. Und ich muss sagen, die tiefste Freundschaft und die tollste Ehe fängt ja mal oberflächlich an. Ich kann ja nicht gleich über Immanuel Kant, Goethe und Theodor Storm sprechen. Ich muss doch mal irgendwann sagen, oder du hast ein schönes T-Shirt oder schöne Schuhe an oder ich mag deine Stimme oder wie geht's denn so. Also ich meine, muss ich dann hier jedem noch erklären, wie man flirtet? Nein. Und damit zu was Neuem. SR 3, das Album der Woche. Wie die Faust aufs Auge passt das für Hubertus Meyer-Burka, denn Rod Stewart ist... Der Soundtrack meines Lebens. So, und jetzt dessen neues Album, Swing Fever mit Jules Holland und seinem Orchester geht auch. Also ich habe es auf der Runterfahrt mit dem Auto gestern gehört von Hamburg nach Saarbrücken und habe es einmal komplett durchgehört und fand es super. Ich fand es wirklich super, weil man natürlich merkt, dass Rod Stewart letztlich ein Rocker ist, ja. Also er hat dieses Swing jetzt nicht so pomadig interpretiert mit Einstecktuch und weiß ich nicht, sondern es war wirklich, man merkte, dass er eigentlich kurz vor der Explosion stand, aber diese Musik ihm doch gewisse Grenzen setzt, ja, an stimmlicher und an Temperament und insofern finde ich das eine... Das ist ja Platz 1 in England übrigens, ne. Ich fand zwei Sachen bemerkenswert. Einmal müssen die in London im Bahnhof King's Cross, dem Harry Potter Bahnhof, so wie so ein Flashmob gemacht haben. Hab ich gesehen. Jules Holland am Klavier, Rod Stewart und die Leute kommen so, hey ist der Rod Stewart. Ja, 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 ja. Das ist schon mal cool für so einen super Weltstar. Absolut, hat Paul McCartney mal gemacht in einem englischen Pub. Genau. Auch so. Auch so. Dieser Wow-Effekt. Und dann haben sie eben eine so gestickte Fahne, wie so bei uns die Feuerwehr zum 100. hat, in Rod we trust. Ja, und das ist, also der war der, ich erinnere mich, als ich so 12, 13 war, hab ich durch Zufall im Radio Maggie May gehört. Und da, das ist eine ganz merkwürdige Geschichte, weil in dem Moment, zweieinhalb Zimmer wohne mit meiner Mutter in Kassel und ich hab in dem Moment gewusst, die Welt wartet auf mich. Das hat, für mich ist die Stimme von Rod Stewart, ich meine das jetzt nicht arrogant, verstehe mich nicht falsch, aber es ist so ein Optimismus-Injektion. Ich hab gedacht, ich werde auch raus in die Welt gehen und irgendwie mein Ding machen. Ja, und das habe ich letztlich dem Taumbro und der Musik und der Dynamik der Musik von Rod Stewart zu verdanken. Jetzt geht er nochmal auf Tour. Ich bin da. 14. Mai, Hannover oder? Hamburg, Hamburg, ich glaube Anfang Juni. 20. Jahr. Ja, Reihe 5 sitze ich mit meiner Frau und ich freue mich drauf. Heute Abend, Show im Studio 1 bei uns. Ja, zum zweiten Mal. Mal sehen, was passiert, ist das Motto Improvisation. Ja, auch ganz stark und zwar, das kann ich dir genau sagen, warum ich das so gerne mache, weil ich habe neben den vielen Romanen mal ein Buch geschrieben, diese ganze Scheiße mit der Zeit und das war so eine Untersuchung, was machen wir mit unserer Lebenszeit und das hat den Leuten so gefallen, es war, ich darf das sagen, lange ein Spiegel-Bestseller und warum war es das? Weil ich gesagt habe, Kinder, voller Optimismus und Enthusiasmus, macht was mit eurer Zeit. Es ist nicht so entscheidend, dass du jetzt unbedingt die große Karriere machst, wenn du sie mit Spaß machst, mach sie, aber überprüfe, wo ist dein Spaß, wo ist deine Lust, wo ist dein Nerv, du musst den anderen nicht gefallen, du musst dir gefallen und so weiter. Und daraus ist so ein Potpourri-Programm geworden, was extrem gut läuft. Ich bin jetzt am Samstag nochmal mit Bernhard Toecker bei der Lit Cologne in Köln und habe das neulich gemacht in Passau und so. Ich bin da jetzt unterwegs, Düsseldorf und die Bude ist immer voll und die Leute, denen verspreche ich am Anfang etwas, übrigens auch den Leuten im Pirmasens, wenn sie mich einladen würden. Ihr geht optimistischer nach Hause, als ihr gekommen seid. Wenn sie natürlich schon optimistisch gekommen sind, kann ich auch nichts mehr machen. Aber man muss ja mit einer gewissen Haltung, mit einer gewissen Energie aufmunitioniert mit Sachen. Also Rudi Carell hat immer gesagt, wer ein Ass aus dem Ärmel ziehen will, muss eins reintun. Wie bereitst du dich vor? Naja, also ich glaube erstmal, das größere Thema ist ja die Haltung zum Leben. Und da gibt es einen Satz, den ich sehr liebe. Du hast zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn du begriffen hast, dass du nur eins hast. Das ist ein Satz, den ich sehr liebe. Super. Und sei dir dessen bewusst, dass du auf diesem wunderbaren Planeten leben darfst und dann auch noch in diesem wunderbaren Europa. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich natürlich, ja, ich meditiere ein bisschen vor so einer Show. Ich gehe nochmal spazieren. Ich möchte auch dann nicht sehr groß angesprochen werden. Und dann gucke ich ins Publikum und dann entsteht etwas, was als ich jünger war zwischen einer schönen Frau und mir passiert ist. So eine Art Flirt. Und ich bin ja ein Mensch, der Unterhaltung mag. Ich finde es schön, den Gedanken, dass die Leute nach Hause gehen und sagen, ich habe was zum Nachdenken gehabt. Der hat ein bisschen aus seinen Büchern gelesen und gelacht habe ich auch. Und jetzt gehe ich mit meiner Partnerin, meinem Partner um die Ecke und wir trinken einen Wein und vielleicht noch einen zu viel. Weil ich bin immer auch ein Freund, das finde ich, man muss die Menschen auch zur Unvernunft verführen, ein bisschen. Und da das dir und man spürt deine Energie so viel Spaß macht und dein Buch, die ganze Scheiße mit der Zeit, natürlich man immer mal wieder denkt, upsie, schon so lange her, schon so alt, wie lange kann ich das noch machen? Auch unser aller Statement, mach's so langs irgendwie. Weil alles hat seine Zeit. Und ich finde, wir haben oft zu viel Angst. Wir sind zu sicherheitsorientiert. Wir haben so viel Angst vor, wir wollen so viel Stabilität und Sicherheit und uns absichern. Das ist menschlich verständlich. Aber ich glaube, wenn du deine ganze Vitalität mit Angst zuschüttest, dann wirst du es irgendwann mal bereuen. Und ich finde, wir haben so viel Angst. Ich finde, wir haben so viel Angst. Vielen Dank.